Die Ursprünge des Materialismus Eine gute Nonne führte ein sehr einfaches Leben. Sie hatte so gut wie keinen Besitz und hauste in einer Höhle. Allmorgendlich suchte sie mit ihrer Almosenschade das nächstgelegene Dorf auf, um gerade so viel Essbares zu erbitten, dass es ihr für die einzige Mahlzeit des Tages reichte. Sie hatte viel Zeit zu meditieren, zu studieren und ihr Wissen an die Dorfbewohner weiterzugeben. Als sie eines Morgens von ihrer Almosenrunde zurückkam, bemerkte sie ein Loch in ihrer Ersatzrobe. Das kam nicht zum ersten Mal vor, denn in ihrer Höhle wohnte auch eine Mäusefamilie. Sie fand ein kleines Stückchen Stoff und nähte einen weiteren Flicken auf die Robe. Hätte ich eine Katze, ging ihr dabei durch den Kopf, gäbe es keine Mäuse in der Höhle, und ich müsste nicht so viel Zeit mit dem Aufnähen von Flicken verschwenden. Also bat sie am nächsten Tag im Dorf um eine Katze und bekam einen wohlerzogenen braunen Kater geschenkt, der farblich gut zu ihrer Robe passte. Da der Kater täglich Milch und Fisch brauchte, musste die Nonne nun jeden Morgen die Dorfbewohner zusätzlich auch darum bitten, »Hätte ich eine eigene Kuh«, ging ihr bei einer dieser Gelegenheiten durch den Kopf, »müsste ich nie mehr um Milch für den Kater bitten, damit er die Mäuse fernhält, die meine Robe anknabbern.« Also bat sie einen ihrer wohlhabenderen Unterstützer um eine Kuh. Nachdem die Nonne im Besitz der Kuh war, musste sie ihr Gras zum Fressen besorgen. Also bat sie die Dorfbewohner um Gras, mit dem sie die Kuh fütterte, um Milch für den Kater zu bekommen, damit der die Mäuse fernhielt, die ihre Robe anknabberten. »Wenn ich eine eigene Wiese hätte«, ging ihr ein paar Tage später durch den Kopf, »müsste ich die Dorfbewohner nicht täglich um Gras angehen.« Also regte sie eine Spendenaktion an, um das Geld für eine Wiese aufzubringen, damit sie immer genügend Gras für die Kuh hatte, die die Milch für den Kater gab, damit der die Mäuse fernhielt, die ihre Robe anknabberten. Sich um die Wiese zu kümmern, jeden Morgen die Kuh einzufangen und sie zu melken, war viel Arbeit. »Hilfreich wäre es«, ging ihr durch den Kopf, »wenn ich einen Burschen hätte, der mir diese Pflichten abnehmen könnte.« Im Gegenzug würde ich ihm moralische Führung angedeihen lassen und ihn belehren. Die Dorfbewohner suchten ihr einen Jungen, der aus einer armen Familie stammte, die etwas moralische Führung dringend brauchen konnte. Jetzt hatte sie also einen Burschen, der sich um die Wiese kümmerte, die ihr das Gras lieferte, das sie für die Kuh benötigte, damit die die Milch für den Kater gab, der die Mäuse fernhielt, die ihre Robe anknabberten. Da junge Menschen aber viel essen, musste die Nonne nun allmorgendlich das Doppelte an Lebensmitteln herbeischaffen. Darüber hinaus brauchte sie ganz in der Nähe auch eine kleine Hütte für den Burschen, denn dass der Junge bei ihr in der Höhle übernachtete, wäre ein Verstoß gegen die für Nonnen geltenden Ordensregeln gewesen. Also bat sie die Dorfbewohner, eine Hütte für ihren Burschen zu bauen, der sich um die Wiese kümmerte, die das Gras lieferte, das sie für die Kuh benötigte, damit die die Milch für den Kater gab, der die Mäuse fernhielt, die ihre Robe anknabberten. Allmählich bemerkte sie, dass ihr die Dorfbewohner aus dem Weg gingen, weil sie immer befürchten mussten, dass die Nonne mit einem neuerlichen Wunsch ankam. Sie gingen sogar schon in Deckung, verbarrikadierten sich in ihren Häusern, verrammelten die Tür und zogen die Vorhänge vor, wenn sie nur von Weitem eine braune Kuh erblickten, weil sie dachten, es sei die Nonne. Wenn doch einmal ein Dorfbewohner auf die Nonne zukam, um ihr eine Frage zur Meditation zu stellen, wimmelte sie ihn ab, tut mir leid, im Moment nicht, ich muss nach den Bauarbeiten an der Hütte für meinen Burschen schauen, der sich um die Wiese kümmert, die mir das Gras liefert, das ich für meinen braunen Kater brauche, der die Mäuse fernhält, damit ich nicht ständig Flicken auf meine Robe nähen muss. Als ihr bewusst wurde, was sie da gerade gesagt hatte, erkannte sie, das sind die Ursprünge des Materialismus. Sie bat die Dorfbewohner, die Hütte wieder abzureißen, schickte den Burschen zu seiner Familie zurück, entäußerte sich sowohl der Kuh als auch der Wiese und suchte ein gutes Zuhause für ihren Kater. Wenig später nahm sie ihr früheres, einfaches Leben wieder auf. Als sie eines Morgens mit gerade genug Essen für ihre einzige Tagesmahlzeit aus dem Dorf zurückkehrte, stellte sie fest, dass wieder einmal eine Maus ein Loch in ihre Robe geknabbert hatte. Glücklich nähte sie einen neuen Flicken auf. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020